Yo, Friends, mein aktuelles Bild ist sehr speziell und wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Aber zum Glück liegt Kunst ja im Auge des Betrachters. Und ihr ahnt nicht, wie lange ich schon sowas malen wollte. Ich bin ehrlich mit euch, das Ganze realistisch aussehen zu lassen hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Nerven und Gehirnzellen, die ich eventuell noch gut gebrauchen hätte können. Aber naja, so ist es nun mal. Einige, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich sehr viel Zeit in die Details stecke. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich da so viele Details reingearbeitet habe. Und ich kann am Ende sagen, dass ich doch ziemlich zufrieden mit dem ganzen Bild bin. Das ist übrigens das Ende, geschrieben, schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr es findet.